Ein Brandbrief der FDP-Basis hat Christian Lindner dazu aufgefordert, die Ampelkoalition sofort umgehend zu verlassen. Der reagiert ganz gediegen, ganz ruhig und möchte weiterhin in seinem Ministeramt, ich meine natürlich in der Ampelkoalition, verweilen. Wir gucken uns die Situation ganz genau an. Moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du kritischen Content magst, bist genau richtig, lass gerne ein Abo da. Und wir sehen das hier, Brandbrief von Partei-Basis. Die FDP soll raus aus der Ampel, heißt es. Und das Ganze geht zurück auf den 30.10. bereits zum Abend. Und da ist einiges los. Jetzt fordern erste Mitglieder, die Liberalen sollen raus aus der Bundesregierung. In einem offenen Brief, liegt der Bild vor, verlangen 26 Landes- und Kommunalpolitiker der Liberalen, Parteichef Christian Lindner und die anderen FDP-Minister sollen die Ampel verlassen. Die Botschaft, wir sind eine Gruppe engagierter FDP-Mitglieder, die nicht möchten, dass die FDP im Downfall, zu Deutsch Untergang, dieser Regierung zerstört wird. Und wenn man sich die aktuellen Umfragewerte anguckt, dann sollte man doch mittlerweile realisiert haben, dass genau das passiert. Egal ob auf Bundesebene oder sonst was. Und dann kann man natürlich argumentieren, ja Olli, also alles umfragen, das stimmt ja nicht. Bei der Wahl sieht das Ganze anders aus. Wir haben es bei der Landtagswahl gesehen, in Hessen beispielsweise, mit ca. 5%, mit Ach und Krach in den Landtag drin. Mit wirklich Ach und Krach, mit genau 5%. Auf der anderen Seite sehen wir ca. 3% in Bayern mit Ach und Krach raus, hoch, verloren, wie man so schön sagt. Und das ist doch nur nachvollziehbar, dass die Leute in den Landesregierungen diese Fehler, die gemacht werden auf Bundesebene, ausbaden müssen. Dass das die Buhmänner sind, wo der Wähler sagt, die kann ich doch nicht mehr wählen. Guckt euch doch mal an, was die im Bund machen. Unabhängig davon, was die in der Landesregierung jeweils machen oder auch in der Landesopposition machen. Die Leute bestrafen natürlich dort, weil sie dann endlich wieder die Möglichkeit haben. Das ist ja ein grundlegendes Problem, dass wir nicht Volksabstimmungen haben, wie beispielsweise in der Schweiz. Sodass man natürlich sich auch während einer Wahlperiode abstimmen kann und einbringen kann in die Entscheidung. Nein, uns wird ja alles vorgesetzt. Dann heißt es, hier werden neue Millionen verteilt, hier wird Geld verteilt, dies passiert, das werden wir jetzt machen. Und keiner möchte das eigentlich oder kaum einer, so zum Beispiel gendern, das in den Behörden weiterhin durchgeführt wird, etc. pp. Also wirklich unfassbar, wenn man sich das einfach mal überlegt. Und das Ganze geht dann hier noch weiter in diesem Brief. Die letzten Wahlen haben deutlich gezeigt, dass explizit die FDP von den Wählern in Deutschland für die Leistungen der Bundesregierung abgestraft wurde. Schreiben die 26 Unterzeichner aus verschiedenen Bundesländern im Ampelbündnis mit SPD und Grünen verbiege sich die FDP bis zur Unkenntlichkeit. Das werde von den Wählern zu Recht abgestraft. Und die FDP nehme sehenden Auges in Kauf, dass ihr politisches Erbe von Partnern beschädigt wird. Die FDP muss ihre Koalitionspartner dringend überdenken. Ja, man hätte es auch noch ein bisschen drastischer formulieren können. Man sollte einfach das Ding komplett direkt beenden und der Herr Lindner muss dann halt auch ein bisschen in der Röhre gucken, wenn es darauf hinausläuft, dass er sein Ministeramt nicht mehr inne hat. Aber gut, manche kleben auf der Straße, manche kleben auf dem Stuhl vom Ministeramt und sonst was, wo man sich offensichtlich wohlfühlt. Das ist das grundlegende Problem. Und man muss sich das doch überlegen. Man konnte ja wissen und ahnen, was passiert, wenn man die Grünen zur Bundestagswahl wählt. Dass das, was jetzt kommt, ganz normal ist, ja klar. Man konnte das auch wissen, wenn man die SPD gewählt hat. Bei der FDP war das so ein Zwischending zwischen, ja, man hat es geahnt, dass es nicht gut laufen wird, aber viele wollten es nicht wahrhaben. Wollten aber auch nicht wahrhaben, dass es sinnvoller vielleicht für die gewesen wäre, die AfD zu wählen oder vielleicht irgendeine andere Partei. Muss nicht die AfD sein. Aber die sind massiv über den Tisch gezogen worden und werden es tagtäglich. Und werden es tagtäglich, wenn es dann nämlich in der aktuellen Nachricht genau zu diesem Thema auch heißt hier, Lindner spricht sich für Verbleib in Ampelkoalition aus. Ja, natürlich am Futtertrog des Steuerzahlers, da lebt es sich halt gut. Würden böse Zungen sagen, ich würde sowas natürlich nie sagen. Aber er sieht jetzt hier nicht die Notwendigkeit, die Koalition aufzubrechen. Das musst du dir mal reinziehen. Wie schlecht soll es der Partei und den Umfragen denn noch aussehen? Wie viele Wahlen müssen denn noch verloren werden, damit er das beendet? Das frage ich mich allen Ernstes. Ich habe auch die Tage beim Joggen so darüber nachgedacht. Wieso kann ein Christian Lindner überhaupt in dieser Position sein, Finanzminister, eines der ehemalig wirtschaftlich erfolgreichsten Länder der Welt? Was hat der Mann denn gemacht? Der hat Politik studiert, soweit ich weiß, in Wuppertal und hat vor 20 Jahren zwei Unternehmen selber geführt. Das ist gut, das ist schön, aber sorry, das ist ein paar Jahre her. Der hat doch keinerlei wirkliche Erfahrung in der aktuellen normalen freien Wirtschaft. Das ist doch Schwachsinn, so jemanden in ein Finanzministerium zu setzen, oder? Sehe ich das falsch? Also da würde ich mir jemand anderen vorstellen, wie zum Beispiel ein Dr. Markus Krall, der als erfolgreicher Unternehmer aktiv war, bei Deguza Goldhandel. Oder wenn man einen Professor Max Otte nimmt, der einen erfolgreichen Fonds führt und zahlreiche andere gebildete Leute, ein Professor Hans-Werner Sinn, nur mal ein paar Namen hier einfach nur zu nennen. Aber wir können uns das Ganze hier genau angucken, wie der Herr Lindner darauf reagiert. Heißt es dann nämlich, Zitat, die Aufgabe der unterschiedlichen Ampelparteien sei es, permanent auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, sagt Lindner zur Rheinischen Post. Und zu den Kompromissen und Entscheidungen der Ampel stehe er. Solange das möglich sei, werde er der Ampel die Treue halten. Da muss man nahe zwischen den Zeilen lesen und sich die letzten zwei Jahre auf der Zunge zergehen lassen, was wir erlebt haben, was das für Kompromisse sind, wie wir hier über den Tisch gezogen werden. Aber es geht ja weiter. Ich mache den Grünen nicht zum Vorwurf, dass sie ein fundamental anderes Gesellschaftswild haben als ich. Käme es allerdings zu einem Punkt, an dem vertretbare Kompromisse nicht mehr gefunden werden könnten, gelte weiterhin sein Satz, dass es besser sei, nicht zu regieren, als falsch regieren. Das ist offensichtlich noch nicht eingetreten. Ich nenne nur mal das Heizungsgesetz als Negativbeispiel an dieser Stelle, das doch schon wirklich ganz lange zeigt, was hier eigentlich passiert. Das ist doch wirklich unfassbar. Nein, Leute, so wird es mit dieser Partei nicht sinnvoll weitergehen. Im Gegenteil, da wird es nur weitere massive Probleme geben und die Partei wird in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. So hoffen einige. Und wenn man sich das anguckt im Wahltrend, die letzten acht Wahlumfragen hier gewichtet bei Davoom, sehen wir, dass die FDP gerade nur noch bei mickrigen 5,2 Prozent ist und damit mit Ach und Krach weiterhin im Bundestag vertreten wäre. Aber nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt schreibt in die Kommentare, würdet ihr die FDP wählen oder lieber eine andere Partei? Und an der Stelle, wo wir das Streetboard Gold vorhin schon mal hatten, möchte ich auch gerne nochmal auf Kettner Edelmetalle hinweisen. Ja, das ist Werbung an der Stelle, da stehe ich auch zu, deswegen steht es auch da unten, ne, da unten eingeblendet. Ihr bekommt mit dem Gutscheincode Olli nochmal 10 Euro Rabatt, wenn ihr bei Kettner Edelmetalle etwas bestellen möchtet. Deswegen guckt da vorbei. Die haben nämlich gerade jetzt hier vor Weihnachten nochmal einige interessante Sammlermünzen. Aber natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, gerade im Anlagebereich, wenn wir beispielsweise in die Kategorie Gold gehen, natürlich bekannte, alte, bekannte Münzen euch zu holen. In den neuesten Auflagen hier zum Beispiel eine zehnte Unzel Krügerrand oder aber auch Barren, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Und man muss sich meiner Meinung nach definitiv alleine vorbereiten, denn unser Staat macht das eben nicht mehr für uns. Jetzt bin ich raus. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu, speziell zu Christian Lindner. Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Danke, bis zum nächsten und ciao.